Kapitel 12 Früh am nächsten Morgen gingen sie zum Fluss hinunter, um zu sehen, ob sich Fische im Netz gefangen hatten. »Netze muss man einholen, bevor der Kuckuck ruft«, sagte Ronja. Sie hüpfte vor Birk den Pfad entlang. Es war ein schmaler, kleiner Pfad, er schlängelte sich durch einen jungen Birkenwald den Steilhang hinab. Ronja spürte den Duft des zarten Birkenlaubs. Es roch gut, es roch nach Frühling, und das machte sie froh. Deshalb hüpfte sie. Hinter ihr kam Birk, noch ein wenig verschlafen. »Ja, falls es sich lohnt, das Netz einzuholen. Glaubst Du etwa, es ist voller Fische?« »Hier im Fluss gibt es Lachse«, sagte Ronja, »und es wäre doch seltsam, wenn uns kein einziger ins Netz gehopst wäre.« »Seltsam wäre es auch, wenn Du, meine Schwester, bei Deinem Gehopse nicht bald im Fluss auf der Nase liegst.« »Es ist mein Frühlingsgehopse«, sagte Ronja. Birk lachte. »Ha, Frühlingsgehopse, ja, dieser Pfad ist wie geschaffen dafür. Wer mag den getrampelt haben, was meinst Du?« »Vielleicht Mattes«, antwortete Ronja. »Früher, als er in der Bärenhöhle gelebt hat.« »Und Lachs isst er sehr gern. Das hat er schon von jeher getan.« Dann schwieg sie. »Was Mattes gern aß oder nicht gern aß, daran wollte sie jetzt nicht denken. Ihr fiel der Traum ein, und auch den wollte sie rasch vergessen.« Aber der Gedanke daran kehrte wie eine lästige Schmeißfliege immer wieder und ließ ihr keine Ruhe. Bis sie den Lachs sah, der im Netz zappelte und glänzte. Ein großer Lachs war es. Sie würden viele Tage zu essen haben, und als Birk ihn aus dem Netz holte, sagte er zufrieden, »Vor Hunger wirst Du nicht sterben, meine Schwester. Das verspreche ich Dir.« »Nicht ehe der Winter da ist«, sagte Ronja, »aber bis zum Winter war es noch lange hin. Was kümmerte der sie jetzt?« Von lästigen Schmeißfliegengedanken hatte sie nun genug. Sie gingen mit dem Lachs zur Grotte zurück. Er hing ausgenommen an einer Astgabel, und hinter sich her schleppten sie eine vom Sturm gefällte Birke. Den Baum hatten sie mit ihren Riemen an den Gürteln festgebunden, und wie ein paar Zugpferde mit einer Holzlast arbeiteten sie sich damit mühsam den Pfad hinauf. Sie brauchten das Holz. Daraus wollten sie Näpfe und andere nützliche Dinge schnitzen. Das hatten sie sich vorgenommen. Birk hatte den Baum abgeästet. Dabei war ihm die Axt ausgerutscht, und jetzt blutete er aus einer Wunde am Fuß. Er hinterließ eine Blutspur auf dem Pfad, aber das kümmerte ihn wenig. »Das macht nichts«, sagte er, »die Wunde kann bluten, bis sie es leid ist.« »Sei nicht so keck«, sagte Ronja, »vielleicht kommt ein wilder Bär und schnüffelt an Deiner Spur und möchte gern wissen, wo es noch mehr von dem herrlichen Blut gibt.« Birk lachte. »Dann zeig ich es ihm mit dem Speer in der Hand.« »Lowis«, sagte Ronja nachdenklich, »legt immer getrocknetes Weißmoos auf, wenn man irgendwo blutet.« »Ich glaube, ich muß uns auch einen Vorrat davon sammeln, denn wer weiß, wann du dir das nächste Mal in die Haxen haust.« Und das tat sie. Ganze Arme voll Weißmoos holte sie aus dem Wald und legte es zum Trocknen in die Sonne. Mittlerweile hatte Birk den Lachs geröstet, und dies war nicht das letzte Mal, dass sie Lachs aßen. Lange Zeit taten sie nichts anderes. Sie aßen Lachs und schnitzten an ihren Näpfen. Die Holzklötze zuzuhauen war nicht so schwer. Dabei wechselten sie sich ab, und keiner verletzte sich. Bald hatten sie fünf prächtige Klötze, die nur darauf warteten, zu Näpfen ausgehöhlt zu werden. Denn so viele Näpfe wollten sie haben, das stand fest. Doch schon am dritten Tag fragte Ronja, »Du, Birk, was findest du schlimmer? Gebratenen Lachs oder Blasen an den Händen?« Darauf konnte Birk nicht antworten, denn das eine war genauso widerwärtig wie das andere. »Aber eins weiß ich, wir hätten so was wie ein Stemmeisen mitnehmen müssen. Mit dem Messer allein ist es eine Schinderei.« Aber sie hatten kein anderes Werkzeug, und so wechselten sie sich mit dem Kratzen und Schaben ab, bis sie endlich etwas zustande gebracht hatten, das einem Napf glich. »Mehr davon mach ich meinen Lebtag nicht,« sagte Birk. »Jetzt muß ich das Messer nur noch ein letztes Mal wetzen. Gib's her.« »Das Messer?« fragte Ronja. »Das hast du.« Birk schüttelte den Kopf. »Nein, du hast es zuletzt gehabt. Gib's her.« »Ich hab kein Messer,« sagte Ronja. »Hörst du nicht, was ich sage?« »Wo hast du's gelassen?« Ronja wurde zornig. »Wo hast du's gelassen? Du hast es doch zuletzt gehabt.« »Das ist gelogen,« sagte Birk. Stumm und verbittert suchten sie nach dem Messer. Überall in der Grotte und draußen auf der Felsplatte. Und wieder in der Grotte und wieder draußen. Aber es war nicht da. Birk sah Ronja mit kaltem Blick an. »Ich hab dir doch gesagt, ohne Messer überlebt man nicht im Wald, oder?« »Dann hättest du besser darauf Acht geben müssen,« antwortete Ronja. »Außerdem bist du ein Hosenschisser, der anderen das in die Schuhe schiebt, was er selbst ausgefressen hat.« Birk wurde weiß vor Zorn. »Schau an, du bist also wieder die alte Räubertochter.« »Das merke ich. Und mit dir soll ich zusammenleben.« »Das brauchst du nicht, Borka Räuber,« sagte Ronja. »Leb du doch mit deinem Messer zusammen, falls du es findest. Und überhaupt, scher dich zum Donnerdrummel.« Sie verließ ihn mit Zornestränen, die ihr aus den Augen schossen. Jetzt wollte sie nur noch in den Wald, damit sie ihn nicht mehr sah. Nie mehr wollte sie ihn wiedersehen, nie mehr auch nur ein Wort mit ihm sprechen. Birk sah sie davonlaufen. Das ärgerte ihn nur noch mehr, und er schrie ihr nach. »Die Wildruden sollen dich holen. Da gehörst du hin.« Sein Blick fiel auf das Moos, das dort zum Trocknen lag. Es war Ronjas dummer Einfall gewesen, und voll Wut stieß er es weg. Unter dem Moos lag das Messer. Birk starrte lange darauf, bevor er es aufhob. Sie hatten das Moos doch so gründlich durchsucht. Wie konnte das Messer jetzt da liegen, und wessen Schuld war es, dass es dort lag? An dem Moos war jedenfalls Ronja schuld, so viel wußte er. Außerdem war sie verrückt und dumm und unausstehlich. Sonst wäre er ihr nachgelaufen und hätte ihr gesagt, dass das Messer wieder da sei. Aber von ihm aus konnte sie sich gern im Wald herumtreiben, bis sie genug davon hatte und wieder zur Vernunft gekommen war. Er wetzte das Messer, und es wurde scharf. Dann wog er es in der Hand und spürte, wie gut es darin lag. Ein herrliches Messer war es und war nicht mehr verschwunden. Verschwunden war nur sein Zorn. Der war verraucht, während er mit dem Messer hantierte. Dann konnte er ja jetzt zufrieden sein. Jetzt hatte er ja sein Messer. Aber Ronja war fort. Spürte er deshalb ein so seltsames Nagen in der Brust? »Leb du doch mit deinem Messer zusammen!« Das hatte sie ihm zugerufen. Jetzt überkam ihn der Zorn aufs Neue. Aber wo wollte sie eigentlich bleiben? Nicht, dass es ihnen etwas anging. Sie konnte rennen und rasen, wohin sie wollte. Und wenn sie nicht zurückkam, und das bald, war sie selber schuld. Dann war ihr die Bärenhöhle ohne Erbarmen verschlossen. Das hätte er ihr gern gesagt. Doch er hatte nicht die Absicht, ihr deshalb in den Wald nachzulaufen. Früh genug würde sie schon wieder auftauchen und bitten und betteln und zurückkommen wollen. Dann konnte er es ihr immer noch sagen. »Du hättest früher kommen müssen. Jetzt ist es zu spät.« Er sagte es laut und so hören, wie es klang, und ihn schauderte. Was für Worte zu der, die doch seine Schwester war. Aber sie hatte es ja selber so gewollt. Er hatte sie nicht vertrieben. Während er wartete, aß er etwas Lachs. Lachs schmeckte sehr, sehr gut die ersten drei, vier Male. Doch jetzt, beim zehnten Mal, quollen ihm die Bissen im Mund, und er kriegte sie kaum hinunter. Aber es war immerhin etwas zu essen. Was aß jemand, der im Wald herumirrte? Was aß Ronja? Wohl nur Wurzeln und grüne Blätter, falls sie überhaupt welche fand. Aber auch das ging ihnen nichts an. Sie konnte da herumirren, bis sie zugrunde ging. Denn das schien sie ja zu wollen, weil sie nicht kam. Die Stunden vergingen, und sie waren seltsam leer ohne Ronja. Wenn sie nicht da war, wußte er nicht, was er tun sollte. Und der nagende Schmerz in der Brust wurde immer schlimmer. Er sah den Nebel über dem Fluß aufsteigen. Da mußte er an damals vor langer Zeit denken, als er mit den Unterirdischen um Ronja gekämpft hatte. Darüber hatte er hinterher nie mit ihr gesprochen, und vielleicht wußte sie gar nicht, daß sie zu denen gehörte, die sich von den Unterirdischen verlocken ließen. So widerborstig war sie damals zu ihm gewesen. Sogar in die Backe gebissen hatte sie ihm, und er hatte heute noch eine kleine Narbe davon. Aber gern gehabt hatte er Ronja trotzdem. Ja, gleich auf den ersten Blick hatte er sie gern gehabt. Doch das wußte sie nicht. Auch das hatte er ihr nie gesagt. Und jetzt war es zu spät. Von nun an würde er allein in der Grotte leben müssen. Zusammen mit seinem Messer. Wie hatte sie etwas so Grausames sagen können? Er würde das Messer gerne den Fluß werfen, wenn er dafür nur Ronja zurück bekäme. Das wußte er jetzt. Nebel über dem Fluß gab es abends oft. Deshalb brauchte man sich nicht zu ängstigen. Aber wer kann sicher sein, dachte er, daß der Nebel nicht gerade heute Abend steigt und sich im ganzen Wald ausbreitet. Vielleicht kamen die Unterirdischen wieder herauf aus ihren dunklen Tiefen. Wer würde Ronja dann vor ihren Locktönen schützen? Doch auch das ging ihm nicht länger etwas an. Mochte es damit sein, wie es wollte, jetzt hielt er es nicht länger aus. Er mußte in den Wald. Er mußte Ronja suchen. Er lief, bis er keuchte. Auf allen Pfaden und Plätzen, wo er glaubte, daß sie sein könne, suchte er sie. Er rief ihren Namen, bis ihm die eigene Stimme Angst machte, bis er fürchtete, neugierige Grausedruden herbeizulocken. Sollen die Wilddruden dich doch holen, das hatte er ihr nachgerufen. Daran dachte er jetzt voll Scham. Vielleicht hatten sie es auch getan, weil er sie nirgends finden konnte. Oder war sie gar zur Mattesburg zurückgelaufen? Womöglich lag sie schon vor Mattes auf den Knien und flehte und bat, daß sie wieder heimkommen und sein Kind sein durfte. Nie im Leben würde sie darum bitten und betteln, in die Bärenhöhle zurückzukehren. Nein, es war Mattes, nachdem sie sich sehnte. Das wußte er. Auch wenn sie es nicht hatte zeigen wollen. Jetzt war sie wohl froh. Jetzt hatte sie ja endlich einen Grund gefunden, die Bärenhöhle und den, der ihr Bruder sein wollte, zu verlassen. Es lohnte nicht, länger zu suchen. Er gab es auf. Jetzt mußte er heim zu seiner Grotte und der Einsamkeit, wie bitter es auch war. Der Frühlingsabend war schön wie ein Wunderwerk Gottes, aber Birk merkte es nicht. Er nahm die Düfte des Abends nicht wahr und hörte nicht den Vogelgesang. Er sah nicht die Gräser und Blumen, er spürte nur, wie die Traurigkeit in ihm schmerzte. Da hörte er in der Ferne ein Pferd in Todesangst wieren. Er lief in die Richtung, und je näher er kam, desto wilder wurden die Schreie. Und dann sah er das Pferd auf einer kleinen Waldwiese zwischen den Fichten. Es war eine Stute, und sie blutete heftig aus einer Reißwunde in der Brust. Sie fürchtete sich zwar vor Birk, das sah er, aber sie floh nicht, sondern wirrte nur noch ängstlicher, als riefe sie in ihrer Not um Hilfe und Schutz. »Du Arme!« sagte Birk. »Wer hat dich so übel zugerichtet?« Im selben Augenblick sah er Ronja. Sie kam zwischen den Fichten hervorgestürmt und lief ihm entgegen, das Gesicht nass von Tränen. »Hast du den Bären gesehen?« schrie sie. »O Birk, er hat ihr Fohlen gerissen! Er hat es getötet!« Sie weinte verzweifelt, aber Birk fühlte nur die wildeste Freude. Ronja lebte, sie war nicht von Bären gerissen worden, und weder Mattes noch die Wilddruden hatten sie ihm genommen. »Welch ein Glück!« Ronja stand neben der Stute und sah, wie sie blutete. Da hörte sie Loves Stimme in sich und wusste, was zu tun war. Sie rief Birk zu. »Hol das Weißmoos, sonst verblutet sie.« »Aber was ist mit dir? Du kannst nicht hierbleiben, wo der Bär noch in der Nähe ist.« »Auf!« schrie Ronja. »Ich muss bei der Stute bleiben. Sie braucht Trost. Und Weißmoos. Aber schnell!« Und Birk lief. Während er fort war, hielt Ronja den Kopf der Stute in ihren Händen und murmelte tröstende Worte, so gut sie es konnte. Und die Stute stand ganz still, als höre sie ihr zu. Sie wirrte nicht mehr. Vielleicht fehlte ihr die Kraft dazu. Hin und wieder ging ein heftiges Zittern durch ihren Körper. Es war eine schreckliche Wunde, die der Bär gerissen hatte. Die arme Stute, sie hatte versucht, ihr Fohlen zu verteidigen, aber jetzt war es tot. Und vielleicht spürte sie, wie das Leben auch aus ihr heraus tropfte, langsam und unerbittlich. Es dunkelte schon, bald würde die Nacht kommen, und einen Morgen würde sie nie wiedersehen, falls Birk nicht rechtzeitig kam. Aber er kam, den Arm voll Weißmoos. Nie war Ronja sein Anblick so lieb gewesen, das würde sie ihm einmal sagen, aber nicht jetzt. Jetzt war es eilig. Gemeinsam pressten sie Weißmoos auf die Wunde und sahen, wie schnell es von Blut durchtränkt wurde. Sie legten noch mehr Moos darauf und wandten es mit ihren Riemen über der Brust der Stute fest. Die Stute stand ganz still und ließ es geschehen, als verstehe sie, was die beiden da taten. Unvermutet steckte jetzt ein Rumpelwicht seinen Kopf hinter einer Fichte hervor, und er verstand es nicht. »Wieso tun Sie so?«, murmelte er düster. Ronja und Birk freuten sich, als sie den Wicht sahen. Jetzt wußten sie, dass der Bär sich davon gemacht hatte. Denn Bären und Wölfe scheuten alles, was zum Dunkelvolk gehörte. Rumpelwichte und Dunkeltrolle, Druden und Graugenomen, sie alle hatten von Raubtieren nicht zu befürchten. Allein der Geruch des Dunkelvolkes genügte, daß sich der Bär still in den tiefen Wald zurückzog. »Wühlen, Daduck«, sagte der Rumpelwicht, »es führt, hubst nicht mehr.« »Das wissen wir«, sagte Ronja traurig. Sie blieben die ganze Nacht bei der Stute. Nachtwache und Nachtkälte wurde daraus, aber es machte ihnen nichts aus. Sie hockten nebeneinander unter einer dichten Fichte, und sie sprachen über vielerlei, nur nicht über ihren Streit. Es war, als hätten sie ihn vergessen. Ronja versuchte zu erzählen, wie der Bär das Fohlen getötet hatte, doch sie verstummte bald. Es war zu schwer. »So was geschieht im Matteswald und in allen Wäldern«, sagte Börg. Mitten in der Nacht erneuerten sie das Moos auf der Wunde. Danach schliefen sie eine Weile und erwachten, als es hell wurde. »Schau, die Wunde blutet nicht mehr«, sagte Ronja. »Das Moos ist trocken.« Sie machten sich auf den Heimweg zur Grotte. Die Stute führten sie zwischen sich, denn sie dürften sie nicht allein lassen. Schlimm und schwer war es für das arme Tier, aber es folgte ihnen willig. »Auf Berge steigen, das kann sie nicht einmal, wenn sie gesund ist«, sagte Börg. »Wo wollen wir sie lassen?« Unweit der Grotte, verborgen zwischen Fichten und Birken, lag die Quelle, wo sie das Wasser holten. Dorthin führten sie die Stute. »Trink, dann kriegst du neues Blut«, sagte Ronja. Die Stute trank lange in tiefen Zügen. Danach band Birg sie an einen Baum. »Sie muss hierbleiben, bis die Wunde geheilt ist. Hier ist sie sicher.« Ronja streichelte die Stute. »Nimm's nicht so schwer«, sagte sie. »Nächstes Jahr bekommst du ein neues Fohlen.« Da sah sie, dass Milch aus dem Euter tropfte. »Diese Milch war für dein kleines Fohlen bestimmt«, sagte Ronja. »Aber jetzt kannst du sie uns geben.« Sie holte den Holznapf aus der Grotte. Jetzt konnte sie ihn gut brauchen, und sie melkte die Stute. Der Napf wurde voll. Für die Stute war es eine Wohltat, dass der pralle Euter nun leer war. Und Birg freute sich über die Milch. »Jetzt haben wir ein Haustier«, sagte er, »und wir müssen ihm einen Namen geben. Wie soll die Stute heißen? Was meinst du?« Ronja überlegte nicht lange, sie soll Lia heißen. Als Mattes klein war, hatte er eine Stute, und die hieß so. Beide waren sich einig, dass es ein guter Name für eine Stute war. Eine Stute, die nicht zu sterben brauchte. Lia würde am Leben bleiben, das sah man schon jetzt. Sie rupften Gras und brachten es ihr, und Lia fraß gierig. Da spürten sie den eigenen Hunger. Jetzt mussten sie heim in die Bärenhöhle und ihn stillen. Als sie Lia verließen, wandte sie den Kopf und sah ihnen beunruhigt nach. »Hab keine Angst«, sagte Ronja, »wir sind bald wieder da. Und ich danke dir für die Milch, die du uns gegeben hast. Es war ein Himmelsgeschenk, wieder Milch zu trinken, frische und in kaltem Quellwasser gekühlte Milch. Und sie saßen auf der Felsplatte vor der Grotte und aßen ihr Brot und tranken ihre Milch und sahen die Sonne aufgehen zu einem neuen Tag. »Nur schade, dass das Messer weg ist«, sagte Ronja plötzlich. Da endlich zog Birk es heraus und legte es ihr in die Hand. »Und nur gut, dass es wieder da ist. Es lag unter dem Moos und wartete auf uns, während wir uns zankten und stritten.« Ronja saß lange schweigend da. Dann sagte sie, »Weißt du, woran ich denke? Ich denke daran, wie leicht man alles ganz unnötig zerstören kann.« »Dann wollen wir uns von nun an vor allem Unnötigen hüten«, sagte Birk. »Und weißt du, woran ich denke? Ich denke daran, dass du mehr wert bist als tausend Messer.« Ronja sah ihn an und lächelte. »Jetzt hast du wohl ganz und gar den Verstand verloren.« Das sagte Lovis manchmal zu Mathis.